Servus, wir sind noch auf dem Testserver und wir spielen die Prüfung von Baba Yaga oder Melusina. Und zwar nehmen wir uns gleich mal das erste Teamchen hier vor. Und wir spielen Mishka, Govo, Lyka, Baba Yaga und Raku. Genau, holen uns die Belohnung ab und jetzt gehen wir zu diesem Kampf hier vorne. Denn da können wir das gleiche Team noch mal nutzen. Ist ein bisschen umständlich, aber so passt es auf jeden Fall. Ab jetzt wird es ein bisschen chilliger, ohne dass wir noch mal weit laufen müssen. Belohnungsnecken und dann gehen wir gleich zu dem Kampf. So, hier nutzen wir Granit, Tresnor, Fon, Hinten, Oden, Baba Yaga und Firail. Dann gehen wir nach ganz links, denn da können wir das gleiche Team noch mal nutzen und ab geht's. Belohnung noch snacken und dann geht's weiter nach hier unten. So, hier nutzen wir das Team aus, ja vom Baba Yaga Review, wo wir sie vorgestellt haben. Arthur Merlin von Baba Yaga, Rowan und Da Vinci hinten. Und noch den letzten Kampf hier unten, da können wir nämlich gleich wieder das selbe Team nutzen. So, damit sind wir durch, nochmal Belohnung snacken und mal schauen, was wir diesmal bekommen. Das letzte Mal hatte ich, glaube ich, Mortas bekommen. Oh, haben wir gleich fünf. Ja, es sucht euch was aus, ob es ein Futterheld ist oder Sauros, beziehungsweise Thali. Geht klar, ich hoffe ihr habt ein bisschen mehr Erfolg. Wir sehen uns, bis dahin. Ciao, ciao.